Hallo und herzlich willkommen bei RetroCampbell. Ich bin heute wieder auf den Ticket auf den Ticket. Und ich habe heute das Spiel The Walking Death No Man's Land installiert ist es weiter Spielstadt ist auch wiedergefunden worden nach bisschen müde Ich habe wieviel? 23? Oh nein, 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 einfach bisschen mehr, bisschen Müll hinter, Stern 1, nepp, brauchen wir nicht, walten. Das ist ein Zündnis, das ist ein Zündnis. So, okay. Oh, 5 Sekunden. Es ist wieder... Ja, Anfang des Monats, klar. Anfang des Monats ist meistens so alles immer 5 Sekunden. Ja, auch 5 Sekunden. Das heißt, ich werde gleich nur Jagd machen, nach Essen. Damit ich die Anseine auch mal ausbauen kann. Aber Funke, Riepro. Haben wir den oder den? Hier eine Pistole. Er hat, glaube ich, einen Schlagstoff war das. Woher kommen wir denn die hier? Hm, nice. Sascha. Wir haben da. Maggie haben wir nicht. Deswegen nehmen wir Maggie. Boah. Egal. Okay. kann ich noch 2 bis weiter ausbauen 1500 wie viel habe ich? 3000 gut ach da ist normal normale Geschwindigkeit dann werden wir mal heute die Sammeljagd machen Lauf normal erstmal und bin im ersten Mal das Handy da ist der Schaffer auch dran stimmt, dass ich bei meinem anderen Account habe aus dem Post nicht ok Geh! Nice. Nice. Ach, das ist total nicht so schön, was du da bist. Okay. Also, direkt weiter. Das war's für heute. Warum haben wir mit der Pistur eigentlich so eine weitere Reichweite? Hm. Verstehe ich nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt ist Sally auch noch eingeschlagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Probier mal was zu finden. Ah, bestimmt hier zwischen. Na, weiter. Für 25 Gold eine Kiste lohnt sich nicht. Da braucht man schon mehr. Okay, Sally ist angeschlagen. Den nimmt man jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Und das war's für heute. 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 Okay. 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 Ah, nein, nein. Das war's für heute. Da ist doch ein grauer Problem, glaub ich kann sowieso nur noch eine Runde. Ähm, ja, gut. Einen Fan-Kämpfe, zwei Fan-Kämpfe, drei Fan-Kämpfe. Ich schaff das nicht mit nur. Ich muss leider normal weiterspielen. Aber schafft man das auch nicht? Einen Fan-Kämpfe? Ich weiß es nicht. Hm. Es macht sich tausend. Oh, ja, 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 ja. Hm. 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 Ich will mir auch noch schnell meine Sachen anschauen. Was ich hier zerlegen kann. Den kann ich zerlegen. Drei Sterne. Drei Sterne ist voll gut. Aber ich hab nur zwei Nahkämpfe. Aber ich hab nur zwei Nahkämpfe. Zerlegen. Und. Okay. Ich muss mir den zerlegen. Aber ich hab keinen Neufall hier. Hm. Hm. Oh. Einsterln zerlegen. Zwei Sterne. Zwei. 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 Was haben denn gedacht? Ist das gut? Hm. Hm. das okay ich habe jetzt ja ich muss noch mal Nahrung komm ich probier es einfach ich geh auf hart auf hart geht es so witsch das ist doch schön oh Sally ist auch schon wieder passt doch ist nicht gestanden und sie ist schon wieder verletzt ich habe jetzt schon wieder ich habe jetzt schon wieder Okay, jetzt muss ich die ja weg. Potzen, zack zack zack. Jetzt kann ich die ja weg. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich renne hier hin und einmal so. Das musste ich ja jetzt schaffen. Okay. Come on, base. Jawohl. Ein Lippo. Keine Lippo. ja dann kann ich ja gleich noch eine Runde spielen ich habe fast 50.000, ich kann nichts aufwerten das gibt es doch nicht dann machen wir die nächste Mission ist der jetzt verrundet und dann nehmen wir Henry, ich glaube wir nehmen Henry der ist noch sehr stark okay, los geht's oh, der ist schon da dann ist ein totes Pferd ah nein oh Das war's. Das war's. Das war's. Das hat ganz knapp. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.